das synchronisieren hat wirklich spaß gemacht und da habe ich mir überlegt das können wir beide doch eigentlich auch mal machen und deswegen weißt du mit echten tieren können wir das machen ich habe nämlich ganz viele kleine clips von echten tierdokumentation und wir beide werden die synchronisieren auf kanakisch okay das kann ich okay ich bin sehr gespannt du hast gesagt meine mutter hat kein job ich stehe auf die runde guck mal mit der köpste kenne nicht ins gesicht nicht ins gesicht was ist los du fischmerk also ich geb dir ein so jetzt wir können auch zufrieden lasst uns cha-cha tanzen 1 2 3 4 die seien eher aus wie so besoffene russen die seien Film ab! Oh, Paviana, ich wollte sagen, ich hab mich voll in dich verliebt, ja? Hast du meinen Liebesbrief bekommen? Liebst du mich wirklich? Wallahi billahi, ich liebe dich! Zieh meine Haare, ja? Du liebst mich? Du liebst mich nicht? Egal! Alright, alright, wird besser. Das nächste, Film ab! Oh Bruder, essen ja halal, aber haben wir auch was gesund? Bisschen Low Carp? Oh Bruder, diese Karotte, ich nehm diese Karotte, ist kein Karotte. Egal Bruder! Robert! Fress nicht zu viel! Egal, ich mach ein bisschen mein Pimmelnase-Kratzen, diese Vorhaut, aber dann können die Jugend richtig ekelhaft, diese Nelle-Käse, ich komm damit nicht klar, ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Wie soll ich... Robert! Kannst nicht deinen Pimmel! Hey! Hey, ist alles gekillt dran! Oh Mann! Oh, ey, Özcan, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Riesenapplaus bitte für Özcan Groza! Ja, vielen Dank! Wir müssen live sehen, der Hammer! 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 Ja, vielen Dank! Ja! Wirkliche! Überraschung, wirkliche! Vielen Dank.